Moin, ich bin K.Rool34 und ich bin der erotischste K.Rool-Main in der Szene. Willkommen zu einem kurzen, aber prägnanten Infovideo über die neuste Neuigkeit auf diesem Channel. Denn heute, am 14.07.2021, habe ich meine eigene Smash Bros. Ultimate Crew, Nights of Sinister Starlight, eröffnet und gegründet. Was ist Nights of Sinister Starlight? Kurz K.R.S.P. Wir sind eine Super Smash Bros. Ultimate Casual Crew, sage ich jetzt einfach mal so daher. Wir spielen schon mit Competitive Ruleset und allem, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Was ich allerdings meine ist, wir werden nicht Teil der European Smash Crew League. Was unter anderem auch bewirken würde, dass ich SQT lieben müsste, was einer der Gründe dafür ist. COS ist geschaffen, damit sich Spieler aller Skill Level versammeln können und Crew Battles ohne Druck spielen können. Da wir nicht ranked sind, sind alle CB's mocked unranked und dass man gemeinsam trainieren und besser werden kann. Gleichzeitig kann natürlich jeder Spieler, der bereits Teil einer Crew ist, COS beitreten, da wir eben nicht in der Liga sind und somit Multiclaning kein Problem ist. Das heißt, wenn du auch Teil der Nights of Sinister Starlight werden willst oder vielleicht auch einfach nur den Server besuchen willst, ohne der Crew beizutreten, was genauso möglich ist, dann folge dem Link in der Beschreibung und in den Kommentaren ist derselbe Link. Und wir sehen uns dort. Ich hoffe, dass ich einige von euch dort wiederfinden kann. Bis dann und ciao. Bis dann.